Bevor das Video los geht noch eine kurze Info, am Samstag den 17.12, also in zwei Tagen wird es einen Livestream geben, wir werden in meinen Geburtstag am 18.12 rein streamen und außerdem startet die Open Beta von diesem Server hier und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wie im Titel schon steht, suchen wir momentan noch ein paar Supporter für das Netzwerk und heute möchte ich euch mal erklären wie ihr euch denn bewerben könnt. Zum ersten müsst ihr eine schriftliche Bewerbung schreiben, wo die folgenden Infos enthalten sind, also zum einen euer Name, euer Minecraft Name, wie alt ihr seid, eure normalen Online Seiten, dann warum ihr Supporter sein möchtet, warum bei uns und was ihr denn schon gemacht habt, also ob ihr schon mal irgendwo Supporter wart, ob ihr Erfahrungen damit habt etc. pp. Das sind also im Groben diese Infos, natürlich könnt ihr da noch Infos hinzufügen, die ihr halt hinzufügen wollt zu einer guten Bewerbung, umso besser die Bewerbung ist halt umso besser. Also das Wichtigste ist halt das Alter, der Name, der Minecraft Name, dann natürlich müsst ihr Teamspeaks und Discord wäre vom Vorteil und halt dann nur noch Fragen beantworten wie warum wollt ihr ausgerechnet bei uns Supporter werden, warum nicht woanders und habt ihr schon Erfahrungen gesammelt. Das ist eigentlich schon so gut wie alles, was ihr an Fragen beantworten müsst und ihr könnt eure Bewerbung abschicken per Mail und zwar auf die E-Mail-Adresse, die unten in der Videobeschreibung steht. Also ich hab hier die Business Mail xgermangamixatoutlook.de, steht aber nochmal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr die E-Mail-Adresse und dort dann einfach eure Bewerbung hinschreiben. Umso besser die Bewerbung ist, umso besser ist es natürlich dann auch für euch und auch für den Erfolg, dass ihr angenommen werdet. Vom Vorteil ist es auch, wenn ihr am Samstag schon Zeit habt, also am Samstag schon Zeit habt, wo der Server öffnet, also so ab 20 Uhr am Samstag, dann wäre es gut, wenn ihr da dann schon online sein könntet. Wenn ihr die Mail dann abgeschickt habt, bekommt ihr eine Antwort von mir, wenn ich eure Bewerbung als gut empfinde. Also ich hab auch schon Bewerbungen erlebt, da stand dann, yo, ich will Supporter werden, darf ich? Ja, nice Infos, so geht's leider nicht, also es müsst schon die Infos, die ich gerade eben genannt habe, müssen mindestens in der Bewerbung drinstehen. Ihr könnt natürlich auch mehr hinzuschreiben. So, das war's eigentlich jetzt schon fast mit einem kurzen Video, war jetzt ein sehr kleines Video, wo ich euch nur sagen wollte, dass wir Supporter suchen und wie ihr euch bewerben könnt. Also einfach die E-Mail an xgermgamingxatoutlook.de, E-Mail-Adresse findet ihr nochmal unten in der Videobeschreibung als Betreff einfach Supporter-Bewerbung hinschreiben und halt eine schöne kleine Bewerbung. Wenn ihr angenommen werdet, kriegt ihr eine Nachricht von mir, wo wir einen Termin ausmachen, wo wir uns auf dem Teamspeak bereden und wenn ihr dann da auch eine gute Figur abgibt, seid ihr schon Supporter. Und vom Vorteil natürlich, wenn ihr Samstag ab 20 Uhr Zeit habt. So, dann jetzt nochmal eine Info an alle, die auch kein Supporter werden wollen, nochmal, dass ich am Samstag, den 17.12. einen Livestream machen werde. Das ist in genau zwei Tagen. Der Livestream startet spätestens ab 20 Uhr. Wir werden hier diesen Server eröffnen. Wir gehen in die Open Beta zusammen mit euch im Livestream. So, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wer Supporter werden will, weiß jetzt wie es geht und wir sehen uns dann im nächsten Video oder aller spätestens Samstag im Stream. Bis dahin, auf Wiedersehen. 2 Untertitelung des ZDF, 2020